Willkommen zu Minecraft Bowling. Ja das Projekt startet jetzt endlich und ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch, Alter. Also wir rennen jetzt in die Mitte, oder? Ja komm. Und dann sofort. Ich glaube wir suchen uns beide nur eine Kiste. Meine Frames sind gerade am Arsch. So, 5, 4, 3, 3, 1, go. Droh holen los. Die hauen alle ab, die hauen alle ab. Echt jetzt? Ich nehme ein bisschen, aber ne, wieso nehme ich ja damit? Ich bin so dumm. Ich nehme voll viele Äpfel mit. Einfach so viele Äpfel schnappen wie es geht. Das ist wichtig, weil wir spielen hier auf schwer. Einfach nur essen. Abrund, abrund, ich habe alles. Kommt, folg mir. Übrigens nur so an die Zuschauer, die Regeln stehen in der ersten Folge alle bei mir in der Beschreibung. Bei mir auch. Okay, los. Boah, Alter. Und das soll ja, ne wir sagen das später, als wenn wir in Sicherheit sind. Übrigens, wir haben denen gar nicht gesagt wie weit die Welt geht. Naja. Scheißegal, das merken die. Wir sagen so euch, äh, 15.000 Blöcke. 15.000 mal 15.000. Alter. Boah. Das ist ein Schwein, soll ich es töten? Oh. Scheiße, Junge, ich habe so gut, guck mal, ich habe voll viel Essen schon verloren. Echt, ja? Ach ja, ich habe zweieinhalb verloren. Ich habe vier. Ohne Chance jetzt. Ja. Ja, weil wir auf schwer spielen. Und die springen wie so ein Gehinderter. So. Vier Holz. Komm, ich nehme einfach alles mit. Wir fällen einfach mal einen kompletten, ähm, Baum. Ja, ich auch. So. Ähm. Wir machen das jetzt so. Karl Tipper. Wir machen es am besten so, ähm, zum Notfall machen wir uns jetzt noch Schwerter, okay? Ja, Holzschwerter einfach, oder? Ja. Ja, als allererstes. Okay, ich habe eins. Ich habe jetzt noch ein großes Hühnchen. Und dich machen wir jetzt ein paar Werkzeuge noch kurz. Ups. Wir machen es am besten so, immer wenn einer craftet, passt der andere auf. Natürlich. So, reicht das gar... Nö, nö, nö. Schaufel nicht mehr. Kann ich abwauen, kann ich abwauen. Warte, warte, warte. Jetzt. Gut. So, komm. Ich muss schon einen Apfel fräsen. Scheiße. Wir haben die Rosen nicht mit... Ich werde jetzt, ich werde jetzt beinahe reingesprungen. Bitte mach, der erschreckt mich nie wieder. Das, nicht in diesem... Bevor wir irgendwo reingehen, dann, ähm, gucken wir erstmal vorher nach, ne? Ja. Ähm, nehmen wir noch Holz mit, für wegen Holzkohle. Ein bisschen, ja. Jeder noch einen Baum oder... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, scheiße. Ich kann nicht mit der Holzerkstabbahn, weil ich damit Welted etwas markiere. Ups. Du musst das einfach raus machen nachher. Ja, kannst du was abwauen? Was? Ja, das meine ich halt. Das geht doch mit der Steinachs dann wieder. Und, außer wie ein D.O.P. in uns. Aber das... D.O.P. 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 Boah, das war jetzt wieder... Boah, die haben keine Kio gehört... Warte, ich laufe noch mal kurz rum! So, ich hab mir ein bisschen Cobblestone geholt. Wir dürfen keinen Schaden bekommen, das wäre echt schasse. Ich hoffe wir finden hier eine Höhle, Alter. Leute, übrigens, es kann durchaus möglich sein, dass dieses Projekt nicht sehr lange dauert, weil ihr habt gesehen, wir sind nur zu sechst. Ja. Gut, morgen kommen auch vielleicht noch welche dazu, aber... Vielleicht. Ja! Warte mal, warte mal, Melonen. Scheiße, es wird Nacht, scheiße. Scheiße. Oh, 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 oh. Weißt du was, wir bauen uns ein Erdhaus. Was? Nein, nein, nein. Doch, wieso? Das bringt nichts, wenn wir hier die ganze Zeit nur sneaken, wegen der scheiß Aufnahme. Komm mal. Das wäre aber egal. Es ist keine Baseball. Gut, man, derzeit gewonnen, es ist 5 Minuten. Wir nehmen 5 Minuten. Ach ja, echt jetzt? Leute. Wir hatten ja gesagt, das vergeht ziemlich schnell. Achso, wir werden jetzt alle ungefähr gleichzeitig gekickt oder sogar gleichzeitig. Halt. Wir hätten den sagen sollen, es ist gescheiß drauf. Töte Hühnchen. Wir müssen, wollen wir Flint, also wollen wir Grill mitnehmen? Ja. Wegen Bogen und Pfeilung. Ja. Baut du ab, okay? Ah, okay. Ich schau mich mal kurz um. Boah, aber Leute, dieser Start echt. Bis die alle mal ruhig waren. Die haben schon alle Höhlen, Alter. Wir sind richtig schlecht gerade dabei. Ja. Oh, scheiße. Ja, wir sind, glaube ich, falsch gelaufen. Komm, wir finden es jetzt, Alter. Wir könnten auch versuchen, uns einfach runterzugraben. Nein, das ist sehr gefährlich. Ja, wegen Lava. Genau. Aber die hört man. Naja. Da ging aber kein Risiko. Okay, warte mal. Ich hab, da lag einfach mal ein Apfel, Alter. Lol. Und da ist Kohle. Moment. Okay, hier bauen wir erstmal Stein ab. Bisschen Stein habe ich schon. Wir können uns erstmal Steinwerkzeug bauen. Das ist erstmal ganz wichtig, dass wir dann wenigstens unser Sch... Alter Junge, wie weit sind die schon? Die haben schon Eisen. Das ist Eisen? Ja. Scheiße. Oh, wir sind richtig schlecht dran gerade. Trotzdem. Wir werden das gewinnen. Wir haben bis jetzt immer schon Eisen gefunden. Hoffen wir. Ups, ich hab ein Spinnennetz gesetzt. Das wollte ich nicht. Okay, ähm. Monsterjäger, okay. Bei uns fängt gar keiner. Das ist auch ein bisschen komisch. Nein, das ist gut für uns. Ja eh, aber... Boah scheiße, ich bin in ein Loch gefallen. Ein Wasserloch. Boah Junge. Ja, rote Rose. Ja, aber nur eine. Moment. Moment. So. Blumen. Da ist noch eine. Ne mit, komm. Warte mal, das war... Äpfel da. Rose da. Erst Apfel, dann Rose. Ja. Komm. Du bist jetzt sinkerannt. Ah, hier. Ich bin auch immer so aufgeregt. Hier ist die Höhle. Endlich. Echt jetzt. Echt jetzt. Hier ist Lover. Oh, die ist gut. Oh, Mama Mia. Hier I know again. Mama. Am besten wäre es, wenn wir jetzt nieten. Holy. Und wenn wir uns mal Steinsachen machen. Hier finden wir Dias wahrscheinlich. Warte mal, Licht. Ich crafte als erstes, okay? Okay. So. So. Als allererstes ne Steinschwert. Dann ne Steinspitzhacke. Wenn ich das mal craften könnte. Ob ich so dumm wäre. Danke. Ah ne. Technischer Vorschrift war, war Steinsport. Oh Gott sei Dank. Jesus sprach, es werde Licht. Doch er fand den Schalter nicht. Was? Bau. Du kannst bauen. Bauen? Du meinst jetzt natürlich craften. Ja. 4, 5, so. So. Das brauche ich. Äh. Wollen wir zu Noten? Ne, bauen wir nicht zu. Das brauche ich. Äh. Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Hilf mir. Das brauche ich noch. Ja. Und ein Schwert. Ich mach das so. Ähm. Nur 2 Steinspitzhacken und ein Schwert habe ich. Ja stimmt. 2 Spitzhacken ist besser als eine. Weißt du was ich gönne? Ich mach gleich 3. Ich mach das. Ähm. Weil ich ganz viel abbauen glaube ich. Gut. Boah alter. Bist du auch noch immer so aufgeregt? Das ist schlimm. Das ist wie ein Zerg. Da geht es ja weiter. Moment. Moment. So. Eine Treppe nach oben. Lass da hin. Aber ich glaube da geht es raus. Da geht es raus. Da geht es raus. Fortgeschrittenes Handwerk. Was ist Benchmarking? Keine Ahnung. Wo gehen wir hin? Wir teilen uns die Wege. Stopp. Stopp. Erstmal. Erstmal Kohle abbauen. Ja stimmt. Da hinten ist auch Kohle. Habe ich das? Da ist Eisen. Ja. Bau sofort ab. Okay. Jetzt läuft es bei uns alter. Warte mal. Ich brauche. Nicht. Ich habe 2 Eisen. 3 Eisen. 4. Die bauen uns als erstes Rüstung. Ja. 5. 6. Ok. 6 Eisen. Die bleiben noch. Ich habe 20 Kohle. Das ist erstmal gut. Ähm. Ich gehe mal nach unten hier. Ok. Ja und ich hole noch ein bisschen Kohle hier. Habe ich schon erwähnt, dass wir uns in der 1.8 spielen? Oh. Dominik hat Kohle. Äh. Kohle sage ich schon. Eisen. Ja wir auch. Ok. Wir sind wahrscheinlich mit denen ziemlich gleich. Was? Time to mine. Getting an upgrade. Äh. Ich glaube das heißt jetzt Eisensachen oder? Warte mal. Wo bist du jetzt reingegangen? Hier. Hier. Ah hier. Komm. Komm. Wieso habe ich einen Kugelfisch mitgenommen alter? Ich weiß es nicht. Kann man den überhaupt desse? Ich glaube der ist ja giftig oder? Der ist giftig ja. Das sieht hier gut aus. Eisen. Ist ok. Baut du das mal ab. Weil wir haben uns wirklich. Das ist aus. Ja. Wir haben was? Wie das ist aus. Und die Höhle ist aus. Oh. Aber ich baue hier noch ein bisschen Dings. Kohle ab. Weil vielleicht ist Eisen dahinter. Wissen ja viele nicht. Aber. Und ihr seht schon. Wir haben die Bodyskins an. Ja. Mit fetscher Kleidung wie bei mir. Also. War jetzt mal richtig unnötig. Flo. Wir hoffen. Dass natürlich Flo und ich das Projekt gewinnen. Weil. Wir haben so hart trainiert. Jetzt müssen wir das so in RTL Stimmung machen. Irgendwie. Wir hoffen. Dass wir das gewinnen. Weil wenn nicht. Dann sind wir extrem traurig. Traurig. Was? Traurig. Was ich auch dann. Hier sieht es glaube ich gut aus. Das hier Dings ist. Time to strike. Was ist. Ich kenne die Dinger gar nicht. Ich komme. Ich gucke jetzt mal kurz. Erfolge. Zu den Waffen. Die haben ja Holz Sachen. Was? Zu den Waffen ist Holz gerade gewesen. Ich habe gerade nachgeguckt. Okay. Hier geht es runter. Das ist schon. Also. Das. Wir gehen da auf so ne. Auf sowas nicht ein. Okay. Ja. Das ist uns scheißegal. Ob die es gefunden haben. Oder nicht. Ja. Wollen wir als erstes. Das ist. Okay. Warte mal. Okay. Setz dann. Boah. Scheiße. Das ist. Das ist. Gesicht. Normalerweise. Wenn es nicht Bolli wäre. Würde ich es jetzt wagen. Da in das Wasser zu springen. Aber ich versuche es nicht. Weil du kennst dich. Ja. Manchmal klappt es. Manchmal. Aber meistens nicht. Boah. Fuck. Ich wäre der Beine runter gefallen. Naja. Es wäre eh nämlich nicht mehr so weit gewesen. Aber trotzdem. Da fliegt ein Ton runter. Vor allem. Ich sneaker hier fast die ganze Zeit. Wieso? Keine Ahnung. Dann noch mehr Eisen. Wir müssen versuchen aber so wenig Koordinaten zu zeigen. Ja. Wir können es ja zensieren. Stimmt. Aber ich habe eh keine Koordinaten noch nicht gezeigt. Muss ich ja machen glaube ich mehrmals. Was? Muss ich glaube ich machen. Okay. Jetzt läuft es mit uns. Ich habe schon 14 Eisen. Wieso musst du Koordinaten zeigen? Ja. Halt wegen Höhe. Muss ich gucken. Achso. Das meinst du. Ja stimmt. Das müssen wir wirklich zensieren. Wegen Fallen und so. Ja. Ja. So. Ich muss jetzt mal kurz meine Koordinaten öffnen. Wir sind auf der Höhe. Welcher Höhe sind wir? Sag bitte immer nur die Höhe. Weil sonst. Das ist richtig unübersichtlich hier. Der Höhe. Boah echt. Ich gehe mal lieber ein bisschen zu dir zurück. Wie viele habe ich? Ich habe 23 Eisen. Moment mal. Alter. Das mit der Höhe ist hier richtig unübersichtlich. Ich gehe da mal noch ein Stück rauf. Nein. Was ist das? Ich leuchte nur aus. Boah das ist ein Skelett. Ich gehe zurück. Hey. Hier steht ja gar nichts mit ähm. Wie heißt das? Was ist das? Da steht bei mir keine Höhe. Hä? Du wirst in 30 Sekunden gek- Okay komm. Wir müssen zu uns. Hä? Bei mir steht keine Höhe. Ja das wurde ja auch in der 1.8 neu gemacht. Ja. Wo steht denn das? Ich weiß es nicht genau. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Bringt sich jetzt nichts mehr. Boah. Ich kann aber mal Steine abbauen. Oder Kohle noch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ähm. Gut. So. Dann war es es mit der ersten Folge. Boah die war geil. Wir hoffen es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Bei Boah. Ja stimmt. Die Uploadzeiten können wir kurz sagen. Ja. Die Uploadzeiten sind Montag, Donnerstag und Samstag. Genau. Meistens um 15 Uhr. Also dann. Bei mir immer um 15 Uhr. Los rein Leute. Und würde ich mal sagen. Tschau Leute. Tschau.